Hallo Philipp, vielen Dank, dass du heute da bist. Es ist so schön, wieder hier zu sein, nachdem ich bis vor kurzem ja auch in der Region, also fast in der Region gelebt habe, aber die Region nach wie vor liebe als absolute Natur- und Bergmensch. Ich lebe in Oxford und forsche da zur digitalen Transformation der Gesellschaft. Ansonsten habe ich in den letzten zwölf Jahren über 450 Unternehmen beraten, wie die junge digitale Generation tickt und was Unternehmen tun können, um junge Leute heutzutage überhaupt noch als Kunde und insbesondere als Mitarbeiter zu bekommen. Herr Riederle, was sagen Sie als Experte? Werden junge Generationen falsch verstanden oder ist Ihre Bereitschaft zu arbeiten wirklich geringer als bei vorherigen? Ja, es ist schon so, dass wir als Kinder der Generation Burnout, dass wir da schon Aufmerksamkeit drauflegen, dass es uns irgendwie gut geht und dass wir nicht dieselben Fehler machen wie die Generation unserer Eltern. Gleichzeitig aber wollen wir arbeiten, wir wollen uns auch durch die Arbeit selber verwirklichen, aber die Arbeit muss halt zu unserem Leben passen. Wie können touristische Betriebe nun junge Menschen für sich gewinnen? Es geht in den Tourismusbetrieben, ich glaube der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, was sind die Bedürfnisse der jungen Generation im Arbeitsleben insgesamt. Weil die sind anders als die Generationen vor uns. Während die Generation vor uns vor allem Geld, Status und Macht gesucht hat, sind uns solche Themen wie Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung und ein attraktives Arbeitsumfeld bei der Berufswahl ganz besonders wichtig. Aber all das, dass dieses Potenzial da ist, ich glaube das steht außer Frage. Nur die große Aufgabe und Herausforderung für Regionen oder für Unternehmen besteht darin, dieses Potenzial zu erkennen, dass es ja irgendwie möglich ist, das klar sichtbar zu machen und das halt auch abzuschöpfen. Wir unternehmen mit der Pazenal & Ischel Crew nämlich intensive Anstrengungen in Sachen Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Und was haltest du jetzt von diesen ganzen Maßnahmen? Wenn wir uns entscheiden, wir wollen in so eine Region hier ins Tal kommen, dann wollen wir auch Leute kennenlernen, wir wollen irgendwie eine familiäre Teamatmosphäre, wir wollen eine Gemeinschaft haben. Also ihr könnt gemeinsam, könnt ihr so viel mehr gute Sachen bewirken, als es jeder einzelne Betrieb alleine überhaupt könnte. Viele junge Menschen wünschen sich ein sinnhaftes Arbeiten, so wie du das vorher auch schon erwähnt hast. Was genau ist aber mit sinnhaftem Arbeiten gemeint? Wir als Generation verstehen unter sinnhaftem Job, dass wir jeden Tag im Job irgendwie eine gute Zeit haben, dass unsere Augen dabei funkeln. Wir haben irgendwie das Gefühl, in dieser Welt, in der vielleicht gar nicht sicher ist, auch nicht unser Sparbuch, was sicher ist, ist, dass wir eine gute Zeit haben, weil die kann uns auch im Nachgang keiner mehr nehmen. Das heißt, wir wollen gewertschätzt werden für die Arbeit, die wir tun. Wir wollen Spaß haben, gewissermaßen bei der Arbeit. Wir wollen das Unternehmen voranbringen. Wir wollen unseren Beitrag leisten und auch im Endeffekt unsere Spuren hinterlassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir unter einer sinnhaften Tätigkeit verstehen. Vielen Dank aber für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine gute Heimreise und wir hören uns. Herzlichen Dank für die Einladung.